hallo und herzlich willkommen zurück zu minicraft er ist wieder hier jetzt lag freier denn je ja genau schiff da drauf ach das geht schon irgendwie habe ich gerade angst über diesem zombie der sich nicht bewegt ja hä wo spawnen die denn du kannst doch nicht auf der treppe spawnen nein die können nicht die können nicht auf so einen block spawnen den ersten habe ich ihn da oben runter fallen sehen aber der kann nicht auf der treppe selber gespawnt sein der muss in der mitte da gespawnt sein von den treppenblöcken weil auf dem treppenblock selber geht nicht übrigens ist mein solium dagger da kann ich nicht mehr so viele gegner mitschlagen mit der mich verarscht ist einfach direkt hier gerade in dieser ecke gespawnt vor meinen augen wo ist dieser spawner dann hast du das aufgesehen hinter dem wie nennt sich noch mal quarts da könnte was sein nein jetzt hätte ich gerne das upgrade dass ich mehr auf einmal abbauen hier ist ein spawner dass ich einfach hier alles zerlegen kann in 0, nix du hast es nicht mehr du hast es aus deinem drill rausgenommen und in die ja ich dachte eigentlich ja what the fuck ist das ein riesen item so eine riesige 3 am boden na ich mein siehst du es dann ich nehme den wertvollen quarts mit ach da ist auch ein mob spawner fieser scheiß hä ok das hat gelaggt das erklärt warum nicht ja die kiste dahinter episch wo ist der schreiende zombie da hier hinter ich habe ich habe ich habe ihn um kannst du ach es warte mal hä warum lehrt sich das dann nicht wenn nicht nacht ist da fragst du mich jetzt was oder ne unser system können wir nicht gefüllt haben das bezweifle ich was soll ich für heiße werde leer aber immerhin ist mein spawner freund jetzt hier das erste stack war gerade weg und jetzt füllt es sich weiter mit der firma oder fängt es gerade an dunkel zu werden können wir bald schlafen kann man hier irgendwo die uhrzeit nachgucken ohne eine uhr auf meiner map ist es jedenfalls sehr dunkel uhr wie viel uhr ist es ist gerade helllichter tag mit der ich in not enough items beziehungsweise in just enough items uhr eingebe what the hell ach so du schaust auf das item das du nicht besitzt ja genau du hast gerade meinen spawn point zerstört jetzt sollte ich echt nicht sterben ja das ist ja auch mein mitten im bett jetzt habe ich das block der will ich sammeln doch alles habe ich aber und die resettet warte clay mit chance nein da wollte ich nicht drauf klicken das ist aus dem dörfer ist ein gegner gespawnt ein dörts heißt er ist jetzt tot ich kann nichts ist man kann ich nicht raus scrollen ich kann ich gucken ob es könnte vielleicht obwohl eigentlich ich habe einen ganzen server rüber kopiert außer die gekleibten chance werden in irgendeiner anderen datei gespeichert ach so du meinst das wäre natürlich doof jetzt warte wenn die gekleibten chance in meiner singleplayer datei gespeichert werden und bestimmt werden durch oder es lag einfach nur am update das kann natürlich auch sein weil eigentlich wenn es im singleplayer safe gespeichert wird und durch die server IP bestimmt wird dann ist er mich von Arsch weil der erinnert sich immer wieder ich lösche jetzt alle Todes-Waypoints ja das hättest du schon lange tun sollen das Ding geht echt nicht leer das sieht viel besser aus na gut jetzt haben wir nicht mehr so viel Inventar schade so kann der Dungeon weiter gehen ich finde das ein bisschen krass dass Tingers Construct gar kein Backpack mehr besitzt wow der wehrt sich ja wenn den angreift was die wehrt sich? ich habe jedenfalls einen hier bekommen dann hau kaputt nur ein Leder? so viel für so ne fette Kuh das ist dich grad eh wieder wiederholt aber gut war nur einmal welch ein Glück ich muss mir nicht mal den Aufwand machen und es zweimal sagen es kommt sowieso zweimal bei dir an warum solltest du das überhaupt zweimal sagen müssen? äh mein Inventar ist voll echt? mein zweites Inventar ah hier mein Inventar, mein Inventar oh lol der droppt er selber das hätte ich jetzt gar nicht erwartet ach stimmt ich habe das Quicktouch erstmal kann man auch sehen selber was craften? hm nope das ist ein Quicktouch Objekt aber egal also ein Objekt was man sonst mit Glück abbaut wo bist du denn jetzt hingelaufen? wie war? ich stehe da an der Wand bist du über mir? ah da hinten ich kann einfach Kristalle hängen ja hier waren Erze oh Erz 4 ich weiß gar nicht wie viel Erze wir schon gefunden haben nicht viel wir haben kaum Erz abgebaut habe ich das Gefühl hm gut ich kann jetzt natürlich ich habe ja immer noch meine Rucksäcke dabei also haben wir theoretisch schon noch Inventarplatz wie viele Rucksäcke hast du? ah ein paar warte warum benutze ich eigentlich den jetzt gerade ne warte den tue ich mal ja nur ein Hunting Backpack und natürlich den Back of Holding in Bergarbeiter Rucksack passt ne Erz rein oder? ich glaube schon vermute ich fast naja den habe ich jetzt auf jeden Fall soll ich den zerstören? ja mach kaputt ich sehe gar keinen Sinn mehr da drin die stehen zu lassen Arrow of Strength Potion of Healing Arrow of Healing ist ja geil und ich habe noch ein Bean Backpack oh lauda medizinische Tinktur sehr schräg wow wie du einfach hier ganze Blöckchen und sonst ach so deswegen weißt ich hatte ein freien Inventarslot hab Potato reingehauen freute ich und dann hatte ich halt mit zwei Steinen in der Hand die du wahrscheinlich nicht abgebaut hast ja die habe ich abgebaut ich bin der Steinabbauer lol da in der Mitte warte ich mach das mal weg das kann man schwer ganz abbauen das ist beschissen egal jetzt ist es weg oh da ist ein Skelett das ist schlecht weil das greift doch mich an ja zum blocken au der böse Skelettron prime übrigens der Server ist jetzt auf meinem Laptop deswegen läuft der jetzt hier besser ja ich glaube ich habe Öl gefunden oder so und ich habe meinem Cousar so ein kleines Java Argument für seinen Launcher gegeben und dadurch läuft das auch besser ich glaube das hatte einfach nur Wizard Wing Effekt ich glaube nicht dass es wirklich ein Wizard Skelett war er hieß a Wizard Skeleton und war größer als normaler nur weil es auch heißt heißt das nicht dass er wirklich eins ist ich kann nur nach dem gehen oh es war doch nur Wasser er muss schon schwarz sein war er schwarz und hatte er ein Schwert in die Hand er hatte eine Rüstung ich habe es nicht gesehen Violate Cave Crystal ist der wichtig oder so? äh Violate hab ich mir grad nicht sicher ist der schwarz er ist halt lila komm mal hier her komm mal hier her da gibt es noch mehr in Orange Orange Cave Crystal diese Dinger kenn ich nicht was fällt da raus? nun diese Blöcke eben ach so nun die Blöcke selber so wie sie heißen ist alles von Quark ja ist alles Quark ach lol schau mal was man daraus craften kann resonating or ne ich weiß nicht wie das geht doch weißt du cool Malachit äh weiß nicht welche Taste du das gelegt hast probier mal G ne er war schon richtig aber er sortiert dabei mein Inventar um ja wenn du es nicht umlegst jetzt funktioniert er nicht mehr also er funktioniert nur bei Strings aber nicht bei diesem Cave Crystal du musst auch Shift gedrückt halten sofern du es richtig eingestellt hast oh ich weiß nicht ob es bei der Standardkonfiguration mit R auch funktioniert oder ich glaub U war Nutzung standardgemäß irgendwas funktioniert jedenfalls nicht ja wenn du es nicht einstellst weißt du bei so einem Modpack du mal als allererstes dann tu als allererstes die Controls einstellen das ist das wichtigste ne ich hab einfach nur ich will einfach nur Minecraft spielen du musst aber bei Modplex Controls einstellen weil alle möglichen Mods lauter einzelne Controls machen die alle sich überschreiben und das ist doof oh geil Dia hier ist allerhand Zeug wie viel Dia hab ich eingesammelt Bergarbeiter Rucksack 5 äh hast du zufällig Glück oder so äh nein zurücktatsch achso willst du dann die Diamond Ohre hier abbauen ach da wir hundertprozentige Verdopplung bei unserer Anlage haben ja dann komm hierher und dann später haben wir dann wahrscheinlich obwohl ich nicht weiß ob es für Diamant funktionieren ne Verfünffachung ich habe übrigens einen Wizard Bauen ist das irgendwie wichtig? das Ding in meiner Hand das ist für recht gute Rüstung kannst du mal gucken ich glaube U war es bei dir oder so ich glaube nicht dass ich gucken kann ich glaube U oder O irgendwie so eins von den beiden Tasten mit U kommt tatsächlich Hightech Bench und Ultitech Bench ja das ist Rüstung gut U funktioniert auch bei diesen Kristallen ja U U ist der Standard Hotkey was kann man daraus herstellen? das macht irgendwie gar keinen Sinn wieso macht das keinen Sinn? Buchstabe achso von der Benennung her meinst du oder wie? Bam äh Bam 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 Boah ich verbrauch jetzt voll viel Strom weil ich 3x3 und ZipTouch hab ich glaube es ist auch schlauer das ZipTouch Erz abzubauen weil dadurch habe ich viel mehr Platz obwohl gut man kann es natürlich auch wieder zu Blöcken bauen wie das aussieht also mal zugeschaut wie es bei mir ausschaut wenn ich abbaue weil bei dir die Töte ist einfach voll lustiger aus du du kämpfst gegen die Erze förmlich ich habe ein Ohrelava-Kristall gefunden oh das ist nicht unbedingt schlecht ich bin mir nicht 100% sicher was man den braucht aber ich weiß von welchem Ort der ist ey warum wird der denn nicht auch mit 3x3 abgebaut der ist dir zu hart mh das steht aber daran dass ich ihn abbauen kann achso Ender-Backpack mh ah nein ist nicht leerer geworden das ist scheiße du musst erst mal im Inventar wieder entleeren hast du denn noch Slots? bei mir wirds langsam schwer warte du hast doch ein Hunting-Backpack hier das ist Leder und das ist Leder also musst noch umarbeiten aber prinzipiell ist das Leder ich sammle die ganze Kohle ein in der Kohledealer ok braucht ein bisschen lange aber laut der Anzeige sollte es eigentlich abbauen können am Ende kommt da jetzt Lava raus nein haha wie viel droppt er denn normalerweise raus World Gen Drops ich habe auch ein Wizzerskeleton Skull Mob Drops ich habe einen Hunting-Backpack man kann maximal mit Fortune 3,4 bekommen ok was haben wir die nochmal gebraucht achso für diese speziellen Workbenches was hast du? ich habe dir grad nicht zugehört Wizzerskeleton Skull Wizzerskeleton Skull schreib mal Sting-Nomala-Vanilla-Minecraft-Wizzerskelet-Kopf ja das ist in meinem Hunting-Backpack oh das ist cool dann war das echt ein Wizzerskeleton cool glaubt ich Lüge ja mir wäre es nicht aufgefallen er war hinter dir als ich ihn gedreht aber er hat dich geschlagen denke ich wäre normal gewesen schlagen getreten und angeschissen hehehe never dig down vor allem nicht in 3x3 das ist definitiv sehr gefährlich jetzt muss ich das mal raus tun damit ich eine Harned Stone von mir abbauen kann oh warte du hast doch keinen Texturenpack oder? oder hast du jetzt schon eins? richtig ich hab keins schau dir da oben ist Diamond Ohre an der Decke die du noch nicht abgebaut hast schau dir mal diese Steinkohle an zwischen den anderen Steinkohle also ich sehe ein Harden Stone ein Lead Ohre ein Coal Ohre noch mehr Coal Ohre und ein Dance Coal Ohre ja wie sieht die aus? als hätte jemand sehr viel Kohle auf einen Kohleblock gehören genau gemalt gemalt gute Beschreibung du solltest irgendwas tun da steht du hast nur 64% ich glaube du regenerierst nicht mehr aber du hast ja sogar recht dann essen wir jetzt lacker Fisch gebratener Kabeljau ich bin nicht der einzige der dann an Kabel denkt scheinbar ja denn keiner hat gesagt er auch es ist auch keiner anwesend der das sagen könnte alter alter dieses Erz oh ja ich bin erzgeil äh was Rarity Ohre nein prosperity der mit den kleinen blauen Shards glaube ich ah ok hier ist was das ich nicht einsammeln kann trotzdem oh jetzt habe ich es eingesammelt hat nur gedauert warte wie viel Haltbarkeit habe ich noch drin äh 23.000 weiß nicht wie viel das in Haltbarkeit ist ich glaube ich mache irgendwann auch eine Ender Backpack dafür da legst du deine Energie Items rein und die werden dann aufgeladen kommen dann aufgeladen wieder zurück wenn sowas existiert das wäre episch ja natürlich du brauchst nur einen Itemfilter der quasi nur das Item raussaugt also der alles raussaugt außer das Item wenn es voll ist ist Chromium Ohre wichtig oder so? äh kenn ich nicht von welchem Mod ist es denn? Substrator kannst gucken ob es ein Grafting Rezept hat alter oder das 3x3 rausnehmen das das verbraucht ja auch nie zu viel ja bald kann ich ja jetzt mehr abbauen äh also Chromium Ingot cloaking device 40 Millionen FE highly advanced machine block ist wohl doch wichtig das Chromium aber welchen Mod ist es wichtig? was kann man daran bauen? Substratum hauptsächlich Substratum ja aber sieht irgendwie aus wie Industrial Craft von den Items her die es da gibt zum Teil Substratum selber hat keine Items in dem Sinne Substratum ist ein Erzeinbaumod highly advanced machine block der sich genauso bauen lässt wie in Industrial Craft wie heißt er? vor welchem Mod ist er? ja tech reborn ja er supportet tech reborn Items nein nein der baut halt einfach Erz ein und wenn das Erz von dem Mod verwendet wird das die Crafting Rezepte sind ja alle auf All-Dictionaries gecodet deswegen geht das ich habe jetzt nicht viel ähm warte wenn du auf dem Blog gehst steht dann bei dir Ordictionary Names bei irgendeinem Erz beispielsweise ich sehe ich sehe bauxitoore eckige Klammer auf tech reborn doppelpunkt tech reborn punkt oore eckige Klammer zu was meinst du? da steht erst steht der Name des Erzes da dann steht bei mir direkt dahinter quasi eine ID darunter steht dann der Item ID Name also beispielsweise dance or minecraft unterstrich coal unterstrich or unterstrich 0 und dann steht Ordictionary Names und das der Name des Ordictionaries und dann darunter steht nochmal der Name des Ordictionaries dann hast du was ich nicht hab ja das habe ich halt einfach alles angeschaut aber hä wenn du meine Confics hast müsstest du einmal den Namen or und dann quasi den Namen des Erzes sehen also coal beispielsweise bei Kohle oder or Nickel bei eben Nickel whatever auf jeden Fall steht im Crafting Rezept nicht genau dieses Item drin sondern da steht halt drin Ordictionary ingot iron und dann funktioniert jeder der zu diesem Ordictionary gehört ok und mein Lucky Block gefunden mein Drill mein Drill ist alle ich muss jetzt eine eigene Spitzhacke nehmen Spitzhacke wie lame ja die wurde gedroppt hey WTF ich dachte Steuerung ist nie ah ne halt das war andersrum ja wenn du wenn du die Kontrolls nicht umstellst dann bist du selber schuld so wo ist der Lucky Block ah ja hier keine Ahnung Chance Cube meine ich natürlich activated hä bist du nicht grade eben nicht mehr du standest doch grad eben noch über mir jetzt bist du auf einmal wieder unter mir ich habe keine Ahnung wo du bist ja standest grad ich bin nicht weit oben wie du gerade bist doch hier oben bei den Blöcken warst du eigentlich gerade eben noch nicht so weit oben da ist immer noch der Diablock willst du den nicht abbauen ja Diablock wo denn dann gib mir halt Silk Touch wo denn der ist über mir an der Decke ich soll ich dir Silk Touch geben warte stimmt das kann ich ja machen äh hier friss äh wie öffne ich nochmal das Fenster erstmal brauchst du einen Inventarslot wo du es reinlegen kannst schon erledigt jetzt habe ich keinen zum einsammeln meins ess die auf schmecken so gut jetzt brauche ich mir hier das Eisen ab mit meiner normalen Spisshacke ja wenn du willst kannst du mir auch mein 3x3 wieder zurückgeben wenn du es unbedingt willst kannst du sie grad eh nicht benutzen ja sowas fand ich ein Stroh verschwenden damit du auch eine Spitzhacke benutzen musst weil du nichts mehr auf deinem Drill hast ja dann kommt man wenigstens mal dazu dann kannst du übrigens auch Silk Touch abbauen weil da kommt auch mehr raus ich habe übrigens keine Spitzhacke dabei ich hatte auch keine dabei das hat ein Gegner gedroppt dafür habe ich mehrere Äxte die werden es bringen ja das habe ich eigentlich gehofft ah! ah ist das schön endlich will ich den abbauen oh! da hat was geknallt ich hoffe du bist unverletzt der hat Blöcke abgebaut jetzt verstehe ich meine Config nicht aber gut ich baue auch Blöcke ab ich meine ich habe meine Ordner rüber kopiert also auch die Config Files und da war ein Mod der da eine Einstellung hatte aber gut ah so wo bist du denn jetzt hingegangen ich habe ein Problem mit meinem Inventar Slots man kann sicher irgendwas komprimieren ansonsten Cobblestone lässt sich komprimieren nein leider nicht oder? ich werfe mal diesen Experience Junk weg den braucht noch keiner du weißt Cobblestone lässt sich komprimieren meine Ärzte eins fehlt noch das hier in der Ecke ist jetzt habe ich einen leeren Inventar Slot das ist anstrengend hier raus zu schwimmen das schwimmen sieht aber cool aus ich hoffe dein Inventar ist leerer als meins ah naja ich habe ein paar Steinchen drin und Steine lassen sich wahrscheinlich nicht komprimieren ich nehme doch keine Steine mit ja tut mir leid äh kennst du Silk Touch was glaubst du was da rauskommt wenn du einen Koppel abbaust oh ich habe auch einen Haufen Steine im Inventar weg damit ich habe Leder für dich das bringt mir nur was wenn es tatsächlich Leder ist ja du kannst es auf jeden Fall verkraften oder ich verkrafte ich habe keinen Inventar Platz da ein Leder warum droppt er das nicht ja nice mein Hunting Backpack hat noch 5 Slots frei falls du so Hunting Sachen hast ist das Hunting? ja klar ist das auch Hunting? und das hier ja Knochen natürlich auch Chunks wahrscheinlich nicht wo ich alles drin habe Inksack habe ich Arrows habe ich Bone Rotten Flash Raw Beef Spider-Eye Cooked Chicken String Leder noch mehr String sozieren dieses kack Wasser hier nicht wär mein Gott wenn es dich so stört dann nimm dir einen Stein und kletter dein Wasserfall hoch ich kletter dann nirgends irgendein Wasserfall hoch aber warte warum braucht man dafür einen Stein wenn man eine Fackel hat du schwimmst sehr schnell äh den habe ich nicht mit dem habe ich nicht gerechnet oh nein nicht Becker Vollding ja schwimmen ich kann dir helfen wenn ich hier rauskomme ok das war nicht so effektiv wie ich es mir vorgestellt habe äh Brot so das Gefühl hatte ich gerade auch so bist du noch alive gut und ja ich habe 8 von 10 Rüstungsymbolen ich würde sagen hä hä wieso ist das Wasser wieder da ich habe es doch gestoppt nein hast du du hast es nicht gestoppt doch klar es war weg so wie jetzt und dann bin ich hier runtergefallen ah jetzt ist es wieder da du weißt schon ich dachte du setzt den Block in die Quelle Wasser verschwinde nicht wenn du es nicht in die Quelle setzt nein hast du anscheinend nicht es ist bei mir zweimal verschwunden und dann kam es wieder nachdem da bereits nichts mehr kam von oben fing es wieder an das ist ja unlogisch du hast es nicht in die Quelle gesetzt ganz einfach ja jetzt scheinbar schon oder wenn das mehr als ein Block war dann ist das auch eine sich selber regenerierende Quelle also dann entstehen endlose Quelle verstehst du so meine ich wirklich weiß ja nicht wie das da oben aussah hey da ist ein Ohrelame Kristall ja es dauert es sieht immer noch so witzig aus oh ist der je warte was bist du oh Jellorid 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 ist denn hier ein ganzer Turm oh das war sogar Jellorid Jellorid gegen den Schock bist du bescheuert was wieso ich mach keinen Schock ja meine Facken machen alle Cent boah dance Redstone schaut ja dance aus aber ich würde sagen bewerte nicht vergessen beim nächsten mal geht es weiter ciao tschüss jellorid